Hallo, jetzt bin ich echt gespannt, was da hinter dem Tür steht. Ich begrüße euch wieder zu meinem Let's Play Hellblade und ich hoffe, dass ich das mal bald jetzt hier geschafft habe. Ich habe keine Ahnung, wie viel da noch vor mir ist oder ob das erst die Hälfte ist. Mal gucken. Auf jeden Fall ist mal gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Komm rüber. Nee, komm du. Komm du bitte. Ich trau mich nicht. Ich sterbe. Einfach. Ein Schieftain, der nichts glaubte, was er nicht sehen konnte. Shit! Ich hab's mir gedacht! Scheibe! Scheibe! Wo muss ich jetzt? Habe ich noch mehr in Warte? Ich will nicht sterben. Hoppla. Das war zu viel. Vielleicht muss ich einfach schnell rüber gehen. Ich bin so nervös. Wahrscheinlich... Uh, ist er dann wieder weg. Dillian! Ja, komm rüber jetzt. Komm. Ja, ich weiß. Ich muss da rüber. Wie oft sterbe ich? Be quick! Dillian never much cared for the underworld. He looked dimly upon the Druids, like her father, Zinbal. I guess he took after his father. The Chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillians arms. Had to see the world through his eyes. Slowly. Nein? Nein! Ach, Scheibe! Ich war so weit. Oh, nee. Toller Anfang für das Let's Play, oder, Leute? Das ist ja echt blöd. Ich weiß immer nicht, ob ich jetzt da balancieren soll mit dem rechten Controller und Dings, oder? Dillian! Es ist okay, ich weiß nicht hier. Don't, don't, don't. Be quick. Be quick. Dillian never much cared for the underworld. And looked dimly upon the Druids, like her father, Zinbal. I guess he took after his father. A Chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillians arms. Had to see the wild through his eyes. Ach, nee. Scheibe. Scheibe. Vielleicht muss ich da dann einfach nur stehen. Also, wie oft ich jetzt jammer hier. Also, hallo? Los geht's. Nicht jammern, balancieren. Kleine Stöckchen hier. Ja. Da kommt Janne als Mädel. Alter, das müssen wir immer die Frauen machen. Dillian never much cared for the underworld. And looked dimly upon the Druids, like her father, Zinbal. I guess he took after his father. A Chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillians arms. Led to see the wild through his eyes. Slowly. The darkness that had bound her so tightly. Gando unravel. Go to him. That's it. Quicker. Quicker. It's not safe. You're going to fall. You're going to fall. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it soon. Nein. Nein. Leute, das ist echt müde. Mit diesem Controller muss man echt ganz, ganz vorsichtig hier. Puh. Das ist unglaublich, meine Arme. Please. He's so weit coming. It's okay. I will never end it. Be quick! Dillion never much cared for the underworld. And looked dimly upon the Druids, like her father, Ximbel. I guess he took after his father. A chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillion's arms. Nein! Ah, das ist echt irgendwie anstrengend. Ich verstehe gar nicht, warum es nicht funktioniert. Ich glaube, mich verschlängt diese... Ja, darkness, genau. Habt ihr jetzt mitgezählt, wie oft ich das schon versucht habe? Ich glaube, es liegt gar nicht. Ich glaube, schon seit 10 Minuten versuche ich das Ding jetzt da hier. Will doch da durchkommen! Ja, guck mal du rüber, es wäre mir fast lieber je. Nein! Nein! Da muss man an Kontrolle loslassen. Wieder... Nein! Nein! Das macht gar nichts. Ich mache hier gar nichts. Und die stürzt trotzdem ab. Ach! Ich probiere es noch einmal und dann... Was mache ich dann? Ach, nein! Ich muss es ja schaffen irgendwie. Das ist echt... Also ich wäre keine gute Heldin. Nein! Wenn ich das jetzt alles so überdenke... DILLIAN! Ich bin ganz froh, dass es nur ein Spiel ist. Wobei ich im Balancieren eigentlich gar nicht so schlecht bin. Ich bin ganz froh. Ich! Es gibt's nicht! Immer kurz vorher... Puh. Ist es absichtlich? Ist ja mir blöd. Und September! Ich bin ich ganz traurig. Ja, ich weiß, ich kann es tun, aber vielleicht muss ich ganz schnell rüber. Ich muss jetzt mal was anderes probieren. Das probiere ich jetzt dann. So. Nicht langsam, sondern schnell. Ja. Einfach los. Ich sterbe viel zu alt. So, also jetzt probiere ich es noch einmal und jetzt werde ich wahnsinnig, wenn es jetzt nicht klappt. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt probiert habe. Ich glaube schon sieben, acht, neunmal, keine Ahnung. Oh Mann, oh Mann. Einmal schnell drüber, einmal langsam drüber. Mal gucken. Ich gehe mal alles langsam. Wenn er nur rüber käme, dann bräuchte ich nicht drüber. Der weiß schon, warum er nicht drüber will. So. Be quick. Dillian never much cared for the underworld. And looked dimly upon the druids, like her father, Zinbel. I guess he took after his father. A chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms. And had to see the world through his eyes. Slowly. The darkness that had bound her so tightly began to unravel. Ich glaube es ja nicht. Wie ging jetzt das? Irgendwie habe ich was anderes gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja prima. Da renne ich hinter dem her. Und jetzt ist er weg. Was machen wir jetzt? Das sieht ganz anders aus. Oh jeez. Wird es die schöne Welt öffnen, die nur du sehen kannst, um dein Admin erledigt zu sein? Was ist das? Holt ihr das Schwert? Dillion hat es ja gelassen. Lauf ich falsch? Geht's da irgendwo hoch? Ne, ist schon richtig so, okay. Jetzt bin ich echt gespannt. Leute, jetzt kommt ein bestimmten Kampf. Wo ist das? Was ist da? Ich hab gedacht, ich kann mir das Schwert holen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich hab doch jetzt alle Prüfungen hinter mir, oder? Oder hab ich irgendwas übersehen? Ach Gott, nee, da ist noch einer. Kann ich das so hin? Nee. Ach, da muss ich wieder ganz außen rum. Na, zu, Pierre. So. Jetzt geh ich doch weg, oder? Ich bin jetzt falsch, oder? Hä? Hä? Ah ja, okay. Da kann ich doch. Oh, was muss ich jetzt noch machen? Was? Nur wenn du etwas gibst, kannst du etwas ... Ah, okay. 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 Wo bin ich jetzt? Blind? Oh! Nein! Nein! Ich hab's mir gerade gedacht, blind ist bestimmt Dunkelheit. Oh je. Hm. Ich bin gerade hier. Kannst du mich sehen? Oh je. Hilf mir. Es ist die Dunkelheit. Bleib still. Bleib still. Bleib still. Bleib. Bleib. Wow, jetzt muss hier doch das Dunkle durch. Nein! Nein! Und in Dunkel. Nein! Super. Sag mir, was du fühlst? Ein Schmerz. Gut. Dann gibt es einen Weg raus. Ich kann nicht wissen, woher es kommt. Ja, du kannst. Wow! Die anderen? Die Sprachen? Sie sind weg. Ich bin immer noch hier. Es ist so kalt. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Wow, ist das cool gemacht. Einfach an der Wand entlang. Oder? Hm. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt so richtig laufe. jetzt geht es nicht weiter. Jetzt geht sie nicht weiter. das ist echt coole situation hier ich finde es echt toll gemacht aber irgendwie was ist wenn ich im kreislauf ja das ist ja echt strange und jetzt laufe ich wieder nicht wahnsinn was ist das aber irgendwie verändert sich gar nichts ich laufe bestimmt im kreis oder ich bin verwirrt ich bin schon wieder verwirrt in diesem spiel ich bin verwirrt in diesem spiel ist ja wahnsinn wie soll man denn da weiterspielen wenn es so dunkel ist jetzt wird es heller cool und jetzt das ist der luftzug wahrscheinlich gewesen wo ist das heißt das müsste echt mal selber da ist alles dunkel machen ich weiß nicht wo ich hier laufe aber ich laufe jetzt bin ich mit einer mauer super wow 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 das ist für mich jetzt irgendwie was tue ich hier wahrscheinlich laufe ich im kreis oh man leute zuerst das ewige die ewigen versuche hier über diese über diesen balken zu laufen jetzt drehe ich mich hier im kreis im kreis im kreis im kreis und laufe und laufe das ist echt übel hier wenn ich jetzt wieder an ein fenster hinkomme wo es jetzt auch heller wird dann weiß ich dass ich im kreis gelaufen bin das ist schon mal interessant es verändert sich jetzt ja toll ich hab's gewusst ich bin im kreis gelaufen was tue ich jetzt nein die dunkelheit einfach so reinlatschen da geht's eigentlich nur und lang ach nee muss ich da was machen vielleicht na super was tue ich jetzt jetzt irgendwo anders rein glaube ich habe keine ich weiß nicht wohin laufe was ist cool gemacht vielleicht schaffe ich es einfach irgendwie per zufall keine ahnung ich bin ja seiner stimme bisher gefolgt was ist das tatsächlich was ist das jetzt habe ich bin ich habe jetzt alles hier dunkel gemacht hier im raum wo muss ich jetzt hin hoffe ich laufe ich nicht wieder zurück ich bin ja von da gekommen glaube ich das so habe ich den stein gefunden dann laufe ich da da bin ich ja kommend da ist der tisch oder dann kann man ein bisschen besser sehen wie so wie das wie das Leute, ich weiß nicht, ob ich da dementsprechend rauskomme. Da ist der Windzug. Wenn man sich fokussiert, kann man ein bisschen besser sehen. Da ist der Windzug. Ja, super. Da bin ich ja mal gespannt. Da ist ein Licht! Oder? Yeah! Zunächst eine Lichtquelle, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Von Lichtquelle zu Lichtquelle, oder wie? Hoffe ich jetzt mal. Oh, das sind jetzt immer die gleichen. Hin und her. Oh Backe, Leute. Ich glaube schon, dass das immer hin und her geht. Wasser? Geht nicht auf, oder? Ich lasse mich jetzt einfach hier leiten ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da war ich doch schon. Bin ich jetzt wieder zurück? Bin ich jetzt wieder zurück? Ich weiß nicht, ich habe keinen. Also, da ist ja mal der Wasser. Wo muss ich hin? Was war das, was war das, was war das, war das nicht hier jetzt, das ist das kleine männchen wieder auch nie es ist schwer leute das kieler nito Und jetzt ist das so kasset. Ich verzettel mich hier. Ich denke, ich bin woanders. Die Brüse ist weg. Use all of your senses. Let the world speak to you. Wasso. What do you hear? Wasso? Ja. Da kann ich aber nicht hingehen, wo ich das höre. Was ist das? Mit Kopfhörern müsst ihr euch das anhören, Leute. Ach so. Ich hab die Wasser. Okay, das ist dein Weg. Mach das, Helmut. Ich bin so sorry. Ich dachte, ich hat mich alles erledigt. Das ist ein Wahnsinn! Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt weg von was? Falsche Richtung! Da sieht man den Weg ein bisschen! Cool! Wenn man fokussiert, sieht man es viel besser! Ha ha ha! Ich weiß, was du denkst! Aber es ist nicht wirklich hier! Es scheint, dass es kein Weg in diesem Ort ist! Da muss ich nicht hin! So ist sie aus Australien! Wahnsinn! Das ist echt strange, Leute! Wahnsinn! Was war das? Oh Gott! Wo laufe ich jetzt hin? Ich komme mir so komisch vor! Hier ist ein Wasserfall! Ich komme hier nicht weiter! Oh je, einen anderen Weg finden wir wieder mal! Hier ist ein Haus! Was? Ein Haus? Hä? Wo soll da ein Haus hin? Oh! Das hört sich gruselig an! Da sind Stufen! Was ist denn das für Fußspuren, oder? Nee, ich meine... Okay, das ist ein Video! Ich hätte so Leganda gemacht! Da ist was! Das ist das für uns nicht! Das ist das für uns nicht! Das ist das für uns nicht! Ach du Scheiße! Entschuldigung! Ein Schritt verlieren! Ich weiß gar nicht, wo ist es! Ich weiß doch gar nicht, wo das Viech ist! Ich laufe jetzt einfach geradeaus und dann... Jetzt geht es nicht mehr weiter! Was tue ich jetzt? Oh weia! Leute, ich glaube, das zeige ich euch nächstes Mal! Ich wünsche euch was! Mir ist grad echt mulmig! Bis dann! Ciao Li! Und das ist dieufel! Tschüssi